Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind dabei die Quest für Karazhan zu machen und wir müssen die nächste Messung durchführen. Ein guter Freund kann ja mittlerweile auch wieder spotten, daher ist gar kein Problem. Wir sollten ihn heilen, sonst wird er gleich tot. Oh, blöder Typ. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Puh, das war knapp. Mann, 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 Mann. Gleich mal unseren Freund wieder. Kann der nämlich noch was essen? Nessen wir noch was? So. Bup, 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 bup. Ja, trinken wir auch, okay. So sieht man's besser. Oh, die sind ganz schön anspruchsvoll hier. So weit gelaufen? Nö. Muss nur noch richtig sein. Ah, ich sehe es, okay. Juh, passt. So, hier müssen wir gleich ganz vorsichtig sein, weil hier ist wirklich, müssen wir wirklich aufpassen, weil hier ist echt krass mit dem Gegner. Da ist unser Gear nicht das aller allerbeste ist. Ah, haben wir nicht irgendwas in die Ecke zu gucken? Da ist einer, da ist einer, okay. Und er füllen wir grad aus. Nein. Sogarweise kann ich die auch in die Eiswelle packen. Ich finde es gut. Und checken kann man die, glaube ich. Also der Priester. Ich glaube hier kann der uns nicht gut treffen, aber wahrscheinlich kann der das doch blöder Typ ist. Ähm. Ich hoffe nicht, dass an den Seiten auch wieder was ist. Ja, warum nicht? Warum auch nicht, ne? Oh. Verdammt. Ich hasse, wenn sowas passiert. Aber, dann könnten wir kurz mal was gucken. Und zwar, als wir hier schon mal hinter Karazhan sind. Jo. Ich will euch den Smiley zeigen. Das ist nämlich Unterkarazhan. Gut, ne? Können wir hier... durch... so... da-da-da-da... You can't crash in Wild... in Ghost-Mode. Boop. Wir können Karazhan nicht betreten, weil wir im Geiste-Mode sind. Aber wenn wir jetzt ein Mensch wären, könnten wir hinten auch lebendig durchlaufen. Und in Karazhanreihen ohne Schlüssel. Oder Nacht-El... Ne, Blut-Elf geht auch. Muss quasi nur dünn genug sein. Dann geht das. So. 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 Ihr seht, wir sind nicht die Eisegenähe, so rumsterben. Und ein paar vor uns gestorben Das ist ganz locker Wir müssen glaube ich in die Richtung Erstmal den geradeaus machen Doch nicht Dann stellen wir kurz auf Passiv Lass den kommen Komm, mein guter Freund So Jetzt kann der schonmal da hin Wir müssen echt vorsichtig hier sein Das ist ein schmaler Grad hier So Einzelne ist gar kein Problem Schnell zurück, schnell schnell Ach, ich habe immer noch nicht die Makros geschrieben Die vergesse ich da schonmal Ähm Hm, 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 hm Okay, passt Jetzt steht so ein Problem ab, fast Dann würde ich nämlich gar nicht drauf achten Oben in der Ecke bei dem Noch mal was essen, trinken Wie gesagt, sehr wichtig hier Noch mal was essen So 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 Okay Soll für uns gut sein Können wir sich jetzt den holen Weil ich glaube wir müssen ja da in die Richtung Läuft bei uns Läuft bei uns Ich sage euch So So Oh, was habe ich da gefunden? Finger 109 Nicht schlecht Ja Echt nicht schlecht Aber Es ist Magier Es ist nicht, dass er jetzt eigentlich zieht es an oder so Also guck, wir gewaltblöde Scheiße blöde Kommt ein Wir müssen da keine Strömer, ne? Aufzeichnen Ja, äh, äh Warte, hier ist keiner Keiner überwacht die Kacke Ich habe eigentlich nicht gedacht So, und der Witz da drin ist, jetzt müssen wir hier rauslaufen, ne? Uff, aber da ist nix, oder? Vielleicht eine Kiste oder so? Gucken. Nö, nix, nix. Oder ein Geheimgang, wo man dann hier abhauen könnte. Hätten sie ja auch zur Instanz machen können hier. Die guten Blizzard-Menschen. Ich glaub, das wollten die nicht. Wenn wir jetzt Glück haben, sind die noch nicht so schnell respawnt. Wir können uns klamm und heimlich hier rausschleichen. Was ich einfach mal hoffe. Okay, den haben wir gepullt. Aber, gib dir Kohle. Zack. Die erste Quest schon quasi, zack, bumm, fertig. Äh, schon zwei Quests. Weil... Och, haben wir die fallen hier viel zu wenig. Nett, nett, nett. Gucken, wofür ist er da. Natürlich hat er jetzt auch schon angegriffen. Äh, angegriffen ist er auch schon. Auch schon Akku gezogen. Normal hier, ne? Gleich müssen wir, glaub ich, nach Dalaran zurück. Ach, ich liebe es. Gut. Das ist jetzt nicht so tragisch, weil die jetzt kommen nur nach und nach. Das ist in Ordnung. Mit der Eingebung. Fassen wir. So. So. Das ist das. Sehr gut. Sehr gut. So. Das ist das. Sehr gut. Sehr gut. Putz ihn an dem Pult. So. So. Einmal. Zack. Zack. Dalaran, ja. Dalaran Krater, nein. Oh, bitte nicht. Ah, ja. Mein liebster Ort. Dalaran Krater, ja, Dalaran Krater ist, ähm, lassen wir mal gucken, hm, tup 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 Alter Rack, hier, ja, kriegen wir schon hin. Naja, ich würde sagen, wir porten uns erstmal nach Dalaran, ach, nach Dalaran sage ich schon, nach Stadtrat. Und dann geht es quasi schon auf, ach, es wird ein längerer Weg, naja, aber. Wir können schon mal Post verschicken, das ist nämlich auch schon aus der Füße. Und, äh, ich muss mir unbedingt wieder Fläschchen schicken, ich habe mir welche hergestellt. So. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder mal ist, Let's Play WoW, The Burning Crusade. Die Carapri geht weiter. Auf Wiedersehen. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. und bis zum nächsten Mal.